Kurzstrecke. Heute mit einer ganz besonders großen Kirche, einem ungewöhnlich kleinen Glas, einem halben Hahn, mit jeder Menge Spaß und natürlich mit dem Pierre und der Annette. Das war Lustiger Dialekt. Diese Frage wird mir oft gestellt und die Steinvorlage dazu lasse ich liegen. Ah, dann steige ich drüber. Hallo Pierre, guten Tag. Guten Tag, ich würde dich gerne umarmen, aber wir dürfen ja nicht. Ach, wir lassen es weg und stellen uns das vor. Also es ist mir eine ganz große Freude, dich zu treffen. Ja, mir auch. Wirklich, ich freue mich schon seit ich weiß, dass es klappt. Wir hatten noch nie das Vergnügen, ne? Einmal haben wir uns ganz kurz bei irgendeiner dieser zahlreichen Fernsehsendungen, wo man so partizipiert, gesehen. Ja. Und ich war sofort verliebt und dann war es das. Und dann vergingen Jahre und ich habe auf diesen Moment gewartet. Ja, so war es. Und wie war es bei dir? So war es. Er hat nicht übertrieben, das habe ich gleich gemacht. Ja, ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Das war das für eine Fernsehsendung. Aber ich hatte tatsächlich wegen einer anderen Geschichte gerade einen sehr netten, langen SMS-Kontakt mit Bastian Pastewka, von dem ich dich überherzlich grüßen soll. Und er schrieb das eine ganz tolle, mit der man alles machen kann und über alles reden kann. Ja, so hatte ich ihm das diktiert und so hat das dir dann auch gesagt. Und jetzt hast du, das ist ja sozusagen auch ein Verdienst davon oder eine, das ist ja schon eine große Ehre. Du sprichst, du sprichst die Sendung mit der Maus, ne? Naja, ich moderiere die Lach- und Sachgeschichten an, da muss ich gleich die Brille wieder runternehmen, weil mir das so peinlich ist. Weil es so wenig Aufgabe ist und so einen großen Widerhall hat, weil so viele Menschen das gucken, hören, sehen, sich freuen darüber. Ja, ich hatte, ich komme gerade von Mausaufgaben. Ich habe jetzt, ich habe jetzt Feierabend und es ist schnell gemacht. Man muss es so sagen, wie es ist. Ich darf allerdings auch keine Scheißen bauen, ist mir eingefallen. Wieso? Achso, mach es privat jetzt, dass du so vorbildest. Ich habe schon gleich die Schlagzeile gesehen. Wenn ich mir jetzt irgendwas zu Schulden kommen lasse, dann steht da doch als erstes Mausjob weg. Ja, das stimmt. Du musst natürlich jetzt aufpassen, du darfst dich nicht dabei filmen lassen, wie du irgendwo besoffen in der Ecke liegst. Apropos. Es wird schwierig. Sollen wir einen Kölsch trinken? Ja. Okay, jetzt wäre ein guter Moment. Echt? Pass die Plätze. Nein, stopp. Was? Oh Gott. Wir machen was Illegales. Wir machen was Illegales. Also, wenn man es hier schafft, schafft man es überall. Da vorne ist. Hallo. Hallo. Ach guck mal, schau mal. Wie lustig. Man muss nur lang genug warten. Komm mal an. Wir machen hier eine kleine. Hallöchen. Hi. Hallo. Machst du ein Foto von mir und den beiden? Ja. Ganz kurz. WDR muss nach vorne. Wenn jemand Zeit hat, dann ja wohl der WDR. Guck mal, wie toll die fahren. Guck mal, da schön ein bisschen miterstrahlen. Aha. Was machst du denn eigentlich hier? Ich mach das Foto von uns. So, jetzt war ich nur gerade hier in Espresso. Ich mach das Foto von uns. Und jetzt fahre ich mal direkt hin raus und schnell. So, zack. Einmal umdrehen. War schon falsch. Warte, warte, warte mal. Aha. Ist das aufregend. Ja, Leute. Das ist ein Cameo, den du jetzt gemacht hast. Auf die Plätze. Das ist ein Cameo. Jetzt schon. Und der Streifen mit den Fotos, der ist da nicht mit drauf jetzt so, ne? Guck mal, wir sehen ja alle drei. Wunderbar. Ja, du siehst sehr gut aus hier. Ich sag nicht, ich sag nicht. Was hat sie? Ich sehe aus, als ob ich gerade von der Botox-Spritze gekommen bin. Das gibt's doch gar nicht. Müssen wir noch mal machen. Ja, aber so eine ganze Arme ohne Botox-Spritze. Guck mal, wie ich aussehe. Wo nicht viel passiert. Ich schwöre, ich hab nichts gemacht. Okay, nochmal. Aber man denkt, oh mein Gott, die Ohrofens haben sich getroffen. Und los geht's nochmal. Auf die Plätze, fertig. Aha, viel besser. Und jetzt hast du mir auch ein bisschen Mühe gegeben. Dankeschön. Schönen Tag noch. Ja, euch auch. Viel Spaß. Ja, Dankeschön. Hier, Till Schweiger ist da vorne, ne? Ist klein. Jetzt eins grad noch. Wir haben jetzt mit unserer Filmproduktion, können wir einen Film im Moment immer noch nicht machen. Freie Filmproduktion, ne? Also, wir haben uns gelangweilt. Was machen wir? Mein Sohn kam auf die Idee. Komm, wir machen so ein Portal, wo man Videogrüse bestellen kann. Zum Geburtstag, für die Mutter, was auch immer. Das machen die Amis auch. Genau, wir machen das auch. So, wir macht ihr beide doch bei uns mit. 0162. Danke, kannst du bitte auch aufschreiben? Ja, selbstverständlich. Das sieht auch ein bisschen so aus, als würde ich dir ein Autogramm gehen. Ich hab allerdings kein Wort verstanden, was ich mich jetzt verpflichtet habe. Danke. Okay, ich melde mich. Danke. Schön, mich zu sehen. Tschüss, alles Gute. Okay. Das war ein sehr skurrierer Moment. Ja, nein. Findest du? Also, ich hab jetzt Angst, wir machen das nicht. Wir machen jetzt Selbstmord? Ich hab das jetzt abgebrochen. Kommt bitte mit, es ist zu gefährlich. Kommt bitte alle. Du bist eben auch Porsche-Arsch. Porsche-Arsch? Porsche-Arsch. Ist das, weil du mich gerade von hinten gesehen hast? Ja. So eine Bewertung? Das war also ein Kompliment, meintest du, an deine... Ja. Man sagt doch sonst auch immer, das ist der Mercedes unter. Und dann dachte ich, es ist der Porsche unter den Ärschen. Unter den Ärschen. Habe ich einen Porsche-Arsch? Ja, du bist der Porsche unter den... Ich muss kurz drüber nachdenken. Ehrlicherweise ist die Jacke zu lang, ich kann das gar nicht beurteilen. Ja Gott, das ist auch gut so. Und wenn wir jetzt auch sofort in so eine verfängliche Sexismus-Debatte geraten, wir zwei aus heiterem Himmel, weiß ich nicht, ob mir das noch zu früh ist. Wir haben ja noch, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit vor uns. Und Stopp! Hier ist eine Ampel. Jetzt weiß ich, du meinst den Porsche-Arsch in den Porsche? Der Porsche, den meinte ich. Guten Tag. Hi. Porsche-Arsch. Guck mal, so geht's doch. So geht's doch. Ich habe mir angewöhnt, immer freundlich zu winken, zurückzulächeln. Weil es ist sehr wahrscheinlich, dass ich mit demjenigen, der hier vorbei fährt, entweder Abitur gemacht habe, Hockey gespielt habe, dass wir Klaviervorspiel zusammen hatten 1982. Oder dass wir im Prinzip verwandt sind um 18 Ecken. Das ist Köln. Ja, das ist ja kurz vor Eifel hier in Köln. Man hat ein Vorspiel zusammen oder ist verwandt. Wir sind auf dem Radweg. Stopp! Deine Schuße. Ich gehe jetzt auf die Seite, damit ich auf der Strafen-Seite bin. Wenn ein Auto kommt, kann ich das abfangen. Mit meinem Porsche-Arsch. Könnt ihr mal runter schwenken auf seinen... Ah, ich glaube ich tue nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt müssen wir uns langsam für ein Brauhaus entscheiden. Es gibt viele. Das kann man wohl sagen. Ich würde fast sagen, wir gehen da lang. Ich würde sagen, wir nehmen eins, wo wir eine Drehgenehmigung haben. Aha. Ich muss mich so... Ich habe so Angst um euch. Wir müssen eigentlich nach da, ne? Ja. Ich kann das nicht. Ich kann euch zwei Dinge gleichzeitig mit dir reden. Auf den Verkehr aufpassen. Aufs Team aufpassen. Kommt ihr bitte. Wir kennen uns sicher auch privat, oder? Ja. Ja, siehste. Das ist so, Inke. Sag mal, gehen wir ins Gaffel? Ja, selbstverständlich. Gut, dann machen wir das. Guten Tag. Hallo. Es läuft gut bei uns mit diesem Videobotschaft. So, Haupteingang am Bahnhofsvorplatz. Ja, weiß ich. Weiß ich. Ist doch klar. Möchtest du mit mir an einen Städtisch gehen? Wenn man da sitzen kann, gerne. Natürlich. Das ist eine gute Antwort auf eine Frage, die die gar nicht gestellt haben. Das sind doch die ersten Kölsch heute, ne? Ja. Wenn man was essen möchte. Ja, klar essen wir was. So was Kölsches. So was, was... Lass uns den besten essen. Wir machen eine richtige Touri-Tour jetzt. Ja. Was wird am meisten bestellt? Kleinigkeiten. An Kleinigkeiten. Halber Hahn. Halber Hahn. Mettappen. Tada, Happen. Tada. Happen. Happen. Das will ich. Dass du nimmst ein Tata. Tata ist politisch so unkorrekt, dass ich gerade sage. Viel Glück damit. Aber gut. Ich nehm mal wahr. Da kann man ja gar nichts weiter tun. Fast. Was ist das denn überhaupt? Was habe ich denn bestellt? Tata. Tada. Happen. Es ist wie Mett. Bisschen feiner. Bisschen feiner. Sagen die... Ah, natürlich. Klar. Und wo kommt das her, das gleich? Aussage. Gut. Okay, das reicht mir. Ah, schmeckt schon wieder. Fachte Lauren zusammen. Hätte ich fast gesagt. Du wolltest ja immer Schauspielerin werden, ne? Du wolltest nicht Komikerinnen. Ja, ich bin ja auch Schauspielerin. Ich bin ja gar keine Komikerin. Genau. Genau. Was spielst du denn gerne? Also gibt's so Sachen, die man einfach als Schauspieler... Weil es ist ja ein Privileg, diesen Beruf ausführen zu dürfen. Man darf ja so viel Quatsch machen auch, ne? Und Exzesse ausleben und so exzentrische Sachen machen. Ja, ja. Gibt's irgendwas, was du total gerne machst? Schlägereien, Tod, Sterben? Also ich sage mal, ich spiele eigentlich fast alles sehr gerne, wenn das Buch gut ist, ne? Ich hätte schon mehr Bock jetzt als noch vor zehn Jahren wirklich mal in so eine Antagonistin. Ja. Also eine Figur einfach zu spielen, die dem... Weil ich so oft Protagonistin bin. Und so sympathisch. Weil ich natürlich total Bock, dem die Tour zu versauen, der da als Hauptdarstellerin engagiert ist und für das Gute steht. Ja, also das fände ich schon... Und da muss ich auch zugeben, also diese Angebote habe ich relativ selten. Weil du so sympathisch bist und weil die Leute dich sympathisch trafen wollen. Aber das macht mich dann natürlich zum besseren... Das wäre alles in deine Richtung geflossen. Zum besseren Antagonisten, Herr Gott. Stimmt, dass du sympathisch bist, das zu brechen. Das hast du gerade gesagt, das wäre alles in deine Richtung. Alles zu dir geflossen. Ich hätte nichts tun können. Das können wir ändern. Prost. Guten Tag. Hallo. Wir sind Saarländer. Sie sind Saarländer. Sie sind die Saarländer. Das ist auch so schön, dass die so entschuldigend schon so kommen. Wir sind Saarländer, aber wir machen nichts kaputt. Macht doch nichts, dann können Sie doch gar nichts mit. Der Demenzchor. Ja. Haben Sie das gesehen? Das war... Ja, ne? Sie proben wieder. Du weißt, dass das nicht gut aussieht, Menschen beim Essen zuzugucken in der Kamera? Das wollte ich gerade. Aber das ist auch eine der vielen Königsdisziplinen beim Schauspiel so zu essen, dass man noch spielen kann. Ne, das ist Schnitt-Königsdisziplin. Jetzt auf gar keinen Fall zeigen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so mache, das würden die ja nie zeigen. Hast du so Karlewas-Lieder auch mit singen und so? Ich kann die alle auswendig, natürlich. Hä? Ja. Und das ist das, warum die Kölschen sich so treffen weltweit. Was ist denn da am Nebentisch durch? Da wird randaliert. Das ist kurz vor Randalen. Wir drücken beide Augen zu. Okay. Weil die immer sofort los singen, die Kölner. Also wenn wir jetzt zum Beispiel am, weiß ich nicht, Perito Moreno in Argentinien wären. Ne? So, wir würden auf so einen Gletscher gucken. Und wir würden uns als Kölner da gegenseitig erkennen, würden wir sofort los singen. Ja. Und dann bist du sofort glücklich. Und es ist deswegen auch dieser Demenzchor, der eben noch mal zurecht gelobt wurde. Eine ganz tolle, ganz tolle Sendung. Es ist etwas, was auch so im Muskelgedächtnis bleibt. Ja. Ich kenn das nämlich auch. Ich hab die Doku auch gesehen. Hast du gesehen? Genau. Und ich war Zivi und hab mit den Demenzkranken da auch immer gesungen, weil die konnten tatsächlich, die konntest du nachts aus dem Bett wecken und die konnten den Erlkönig aufsagen oder das war dann ist das Müller-Suss. Das ist Märchen, Gedichte und Singen. Genau. Das sind die drei Sachen. Und das ist auch wirklich so toll. Man konnte das richtig sehen. Ich war am Anfang ja auch wahnsinnig nervös, weil ich nicht wusste, ob ich in diese Aufgabe gewachsen bin. Und Fernsehen ist ja doch Fernsehen. Und da hab ich gesagt, Leute, ich weiß nicht, ob das gehen kann. Da muss wirklich die Gesundheit im Fordergrund stehen. Das sind Menschen und auch Scham und Dinge und inwiefern dann jemand selber gar nicht mehr überreißen kann. Ist das gut, dass wir das jetzt filmen oder ist das eben nicht gut? Und so. Mir war das alles am Anfang sehr... Würde. Es geht viel um Würde auch. Ganz genau. Es geht viel um Würde und deswegen waren wir ganz vorsichtig, sind wir da rangegangen. Und dann war ich so froh, dass ich es gemacht habe. Weil natürlich am Anfang alle auch in der Unsicherheit waren und dann saßen da. Und ab der zweiten Probe, in dem Moment, wo wir losgesungen haben, Freude, Glück. Und natürlich können wir das nicht heilen. Natürlich kann Singen nicht eine Demenz heilen. Aber dieses, also den Glückspegel einfach mal zu straffen. Und der geht ja vom Donnerstag bis Dienstag. Weil die wussten ja am Donnerstag schon, übermorgen ist wieder Probe und dafür müssen wir jetzt mal was tun. Wir müssen die Lieder üben, weil am Samstag sitzen wir da. Es war so, also es war fantastisch. Mir dreht schon ein klein bisschen den Helm. Ja, ein bisschen, ne? Alles gut. Du hast schon gesagt, Essen beim Film ist natürlich eine besondere... Essen beim Film ist Mist. Ist richtig Mist. Ganz großer Mist. Und wie ist es mit Sex-Szenen? Also, wenn ich mir das jetzt aussuchen dürfte. Ja. Mit dir eine Essens-Szene zu drehen, die gezeigt wird unter eine Sex-Szene. Ich bin sehr gespannt. Das Essen-Merk. Warte mal, wo sind die Türen, wenn ich hier wieder rauskomme. Also ist es so. Das Problem, wir fangen mit dem Essen an. Oh Mann. Das Problem ist, wenn sie jetzt... Das ist noch fängt es immer an. Und dann fängt es mit Sex. Ja. Ja? So. Wir bleiben schön in der Chronologie der Dinge. Wir würden vormittag anfangen eine... Wir würden uns kennenlernen, würden uns verlieben in dieser Szene. Und ich muss spielen, dass ich auf dich stehe beim Essen. Bisher mussten das alle spielen. Ja. Vormittagessen geht es noch, wenn du dann aus der Pause rauskommst und richtig pappsatt bist. Und dann stellen die das wieder hin, das Hähnchen. Und jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Close up. Grauenhaft. So. Wohingegen. Wir eine ordentlich geprobte Sexszene. Wir beide doch mit. Links hinkriegen. Links hinkriegen. Ich bin Rechtshänder. Close up. Ah. Okay. Und küssen tun wir ja auch nicht wirklich, sondern man macht ja so... Aber kann man jetzt nicht vormachen wegen Corona. Wegen Corona. Ich würde es sofort mit dir machen. Dass man so selber die eigene Zunge spielt, die Zunge des Anderen, ne? Genau. Wir müssten uns jetzt zum Beispiel als allererstes darauf verständigen, das ist unsere Kamera. Wir wollen eine Reaktion von... Ja. Das ist sehr auffällig, was du gerade machst, ne? Also ich würde meine... Meine... Bring ich links. Augen zu. So. Dann wäre das so. Dann müssten wir schon mal verabreden, gibt es nochmal einen Wechsel? Also gibt es nochmal irgendwann den Moment, wo wir... Ja, genau. Und so weiter. Und dann hast du es ja schon fast... Macht man dann wirklich so, dass wir die Zunge in der eine Zunge... Also wäre das die Zunge des Anderen? Da gibt es gute Tricks. Also ist aber jetzt schon fast so intim wie Essen. Ich bring dich jetzt noch fast nach Hause. Und wenn wir unterwegs noch an einem Brauhaus vorbeikommen, kann sein, dass wir da nochmal anhalten müssen. Sooo. Ach Mensch, so einen kleinen Schicker habe ich schon jetzt. Die kenne ich sicher privat. Ja. Woher kennen wir uns? Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, woher wir uns kennen. Hallo. Guck mal hier. Alle gut drauf in Köln. Die Saarländer. Aber es ist gut zu wissen, dass man nicht der Einzige ist. Und jetzt gehen wir da die Treppe hoch. So, möchtest du rechts oder links? Also tendenziell sage ich ja immer links. Ne, wir müssen heute ausnahmsweise rechts gehen. Okay. Oh, es ist kalt. Wieso ist es denn so kalt? Es ist doch nicht kalt. Ne, es ist nicht kalt. Ich sitze mit Schau. Ah, Touristen. Wie heißt das? Den, ähm, den, äh, den, mhm, und den Hurenbock, den friert es im wärmsten Winterrock. Das ist ein, warte mal, wie geht denn das nochmal weiter? In der Geschichte bin ich. Nein, du bist da überhaupt nicht. Das war jetzt einfach nur so eine Floskel, die ich einfach mal, äh, äh, loswerden. Oh mein Gott, wie geht das denn nochmal? Ich komme nicht mehr drauf. So. Äh, ein Nasshorn und ein Trockenhorn, die gingen durch die Wüste. Da stolperte das Trockenhorn, das Nasshorn sagte, siehste. Oh, süß. Von wem ist das? Äh, Robert Gernhardt. Heinz Erhardt. Aha. Aber reimt sich drauf. Ja, gut. Insofern fast richtig. Ich habe auch einen schönen, äh, HA voll, Fuh kann W voll. Wo ist bloß Herr C voll? C voll, liegt mit voll ein D voll, dort hinten im E voll. Kann ich mich immer wieder drüber freuen. Aber du bist, du bist vergesslich. Ganz schlimm, ganz schlimm. Bist du so schusselig vergesslich? Ja. So Autoschlüssel vergessen? Ja, alles, alles. Und Brille auf der Stirn? Meine Kinder und meine, also überhaupt zu Hause ist sehr lustig, wenn ich aus dem Haus gehe, dann stehen die eigentlich, die warten. Ich komme wieder rein. Ich komme wieder rein und sage, so hier, wo ist die Brille dazu, Leute? Und dann stehen sie meistens schon da und sagen, das, hier ist dein Handy, Mama. Nicht, dass du gleich nochmal kommst und so. Aber interessant ist ja trotzdem, du musst dir ja total viel merken, Bewegungsabläufe, Texte. Ja, ja, ja. Aber das ist ja sehr monothematisch. Das geht dann alles. Aber das, wie gesagt, so im, im echten Leben ist wirklich oft. Ich bin heute, heute Morgen zum Beispiel mich in den Waschkeller gegangen und dann ist mir auf dem Weg was eingefallen, was anderes. Und dann habe ich abgebogen. Bin dann aber weiter in den Keller und wusste überhaupt nicht, warum ich da bin. Und dann stehe ich so, dann stehe ich so. Wäsche! Und dann kommt es. Aber es war dein Haus. Wo gehen wir eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung, das ist deine Stadt. Aha, also. Wo musst du, du weißt, wo du wohnst, ne? Guck mal, da ist das Sion Brauhaus. Ja. Sion Kölsch, köstlich? Köstlich? Muss man sagen. Ja, genau. Du hattest ja jetzt, du hattest ja jetzt erst. Ah? Wie machen wir das? Willst du, komm, ein Abschluss Kölsch noch, oder? Draußen. Okay. Ja, draußen. Lade dich noch auf einen Abschluss Kölsch ein, bevor du nach Hause gehst. Ist ja Saison lallig? Nein. Null. Und wenn, würde ich es dir nicht sagen. Ja, ich weiß. Ich habe echt gar nicht viel getrunken, aber ich lalle schon. Aber das ist ein gutes Zeichen. Ja, das ist meine. Das ist mein Signature Move. Das ist deiner, ne? War das dein Signature Move? Ähm. Ich glaube sowas. Und der hat, der hat was Erotisches. Aha. Du musst Exotisches sagen. Exotisch. Ah ne, noch schlimmer. Exzentrisch. Exzentrisch ist es aber nicht. Nee, ist es nicht. Es ist ein bisschen. Ja? Ja. Ich weiß selber nicht genau, was es ist. Es ist, ich glaube, ich versuche oft Zeit zu schinden. Zum Beispiel, wenn du mich was fragst und ich weiß noch gar nicht, was ich antworte, dann mache ich mal so, dann denke ich, das findet er sich ja erotisch. Und darüber kann ich jetzt überlegen, was eine gute Antwort wäre. Eine Übersprungshandlung. Ne, erotische Übersprungshandlung ist es. Okay, okay. Mach nochmal so. Ne, da ist nicht so viel Erotik drin. Ah, warte mal. Zieh mal die Brille aus. Ne, das war es nicht. Wir gehen in eine Sackgasse, da ist alles zugebaut. Ja, auch inhaltlich. Ich würde euch auch gerne das Rathaus zeigen. Ist es alles dicht? Pandemie, Pandemie. Ja, das kann man wohl sagen. Ist alles dicht. Also ich bin schon kurz davor. Oh Gott. Komm, trinken wir jetzt doch allen Apfels. Woher gehen wir denn? So ein kleines ist doch Karneval. So ein kleines. So ein kleines. So ein kleines. Kann man danach gehen? Was passiert denn dann? Ja, ich bin natürlich jeden Tag hier in acht Brauhäusern. Aber ich weiß gerade nicht, wo das ist. Okay. Ja. Warte. Komm, wir gehen. Okay. Ich meine. Okay. Was hat er gerade gesagt? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ne, der hat so gemacht. Der hat ein bisschen gegatscht. Was ist denn das? Der war Helge Schneider. Vorweitermarkt. Was ist denn das? Hat er gesagt. Sehr lustig. Mal so ein bisschen gelacht. Was ist denn das? Ist ja völlig betrunken hier. Das ist Köln. Nein, gar nicht. Ich habe zwei Kölschis gefunden. Ja. Ich sage Kölschis, weil ich sage es im Diminutiv. Sagst du Kölschis? Ja, weil die so klein sind. So 0,5. Sollen wir noch Schipse essen? Nein, zwei Kölschis. Willst du Schipse? Ich hätte gerne Schipse ehrlich gesagt. Ja, Schipse wäre jetzt gut. Guck mal hier, Peter heißt auf Französisch Pierre. Das ist ja mein Name. Das ist es im Prinzip. Das heißt eigentlich das Krause Brauhaus. So, ein Krauses Brauhaus. Ja. Ich habe übrigens früher immer Shampoo für Krauses Haar gekauft, weil ich es so lustig fand. Was auf Shampoo Flaschen draufsteht. Für Krauses Haar. Das ist toll. Da dachte ich mir, das ist so für mich. Gibt es aber leider nicht mehr. Aber dann ist es richtig für Krauses, Sprödes, Trockenes. Die machen noch dann 100 Adjektive auf so. Für Krauses, Sprödes will ich ja nicht. Bei Haarlack ist es oft. Bei Haarlack? Du musst mal bei Haarlack gucken, was in den Beschreibungen ist. Das ist ein Superlativ der Adjektive, was man alles haben kann auf dem Kopf. Was hast du denn? Hast du was? Wunderschöne Haare. Ich nehme immer das für wunderschöne Haare. Ja. Das nehme ich. Wie sind wir jetzt darauf eigentlich gekommen und warum haben wir noch kein Bier in der Hand? Weiß ich nicht. Meinst du, wir können hier draußen eins trinken? Ja. Ich geh rein und hol zwei Kölsch. Machen wir das noch? Holst du zwölf Kölsch. Du bleibst draußen und sagst nette Dinge über mich. Okay? Mach ich. Ja. Wie lange dauert die Scheiße noch? Wie lange dauert das jetzt noch hier, der Bums? Der Typ ist besoffen. Wer weiß nicht, wo vorne links hinten. Tolle Haare. Sollen wir mal eine Wette abschließen? Ob der jetzt hier mit zwei Glaskölschgläsern raus darf? Ich würde vermuten nein. Dankeschön. Stimmt so. Unfassbar. Ja. Und mit wem hast du geschlafen? Ja. Mit dem Kürbis? Ja, aber das ist unabhängig von diesem Bier. Das habe ich alles getrunken hier? Meinst du das ist jetzt ein Mitleid? Sehr schön. Ja. Also du hattest Geschlechtsverkehr und hast das alles getrunken in der Zwischenzeit? Richtig, ja. Toll. Guck mal da, wirklich fantastisch. Ja, Karneval in Köln. Fast to love uns zusammen. Ist doch noch gut. Ekelhaft. Ach wie schön. Schön mit dir so ein ekelhafter Nachmittag. Wunderbar. Wie kommt mir so vor, als hätte ich das nicht zum ersten Mal gehört? Was machst du denn jetzt? Ich gehe jetzt Richtung Süden. Ich gehe zu Fuß Richtung Süden. Ich bin sehr froh. Ich sage es dir, mein Führerschein ist einen Monat weg. Nein. Ja. Ich habe jetzt gedacht, ich sage das einfach mal. Es muss ja auch mal ein bisschen hier, ein bisschen was Skandalöses in die ganzen Bums. Hast du den freiwillig weggegeben, einfach wegen Klima? Ich habe den natürlich nicht freiwillig weggegeben. Wegen Klima muss ich ja nicht meinen Führerschein, sondern mein Auto weggeben. Hast du was falsch verstanden? Es war so, ich bin zu schnell gefahren. Jetzt, der Satz ist noch nicht vorbei. Auf einem freien Feld, wo eine Schule steht, bin ich Sonntagmittag gefahren. Also nicht nur kein Schulkind da, auch nicht in der Nähe oder so. Auf welchem Feld steht die Schule? Ist das eine Baumschule? Ja, ne, es ist eine, es ist eine, es ist eine weiterführende Schule. Und ich bin über diese, über diese Landstraße gefahren. Sonntagvormittag, es war niemand. Und ich bin glaube ich 60 gefahren und es ist 30 erlaubt. Das ist doppelt so viel, ne? Eine absolute Frechheit. Da haben die mir den Lappen weggenommen. Und ich bin so sauer. Okay, krass. Ich bin so sauer. Ich habe, ich habe, ich wollte einen Brief schreiben. Hast du nicht? Ne, habe ich nicht gemacht. Oder nicht diskutieren. Aber haben die vor Ort direkt den weggenommen? Oder kam erst später, wochenspieler? Es kam dann, es kam dann eine Aufforderung, dass ich meinen Führerschein abgeben muss. Das habe ich dann prompt gemacht. Ich habe dann gehört von verschiedenen, wenn man erstmal so ein Thema hat, wie, es ist ja so, wenn jemand umzieht, dann siehst du ja nur noch Wohnungen, die entweder leer stehen oder eben nicht. Ja. Und wenn dein Führerschein weggen muss, triffst du nur noch Leute, die auch gerade einen Führerschein weg hatten oder haben werden. Und was ich dann erfahren habe, ist, man kann das ziehen. Ich hätte jetzt sagen können, im Moment geht das nicht. Ich muss mit dem Krause Bier saufen gehen. Ich brauche den Führerschein wirklich. Das hätte ich sagen können. Und ich mache das erst in drei Wochen oder in drei Monaten. Ich wollte es aber, deswegen mache ich jetzt alles zu Fuß oder mit dem Rad. Aber das ist eine gute Jahreszeit, um das zu Fuß zu machen. Jetzt, wo es so kalt ist, wo man ja eh nicht so gerne Auto fährt. Und hast du gewusst, dass du da noch 30 fahren darfst? Witzig. Bist du wissentlich? Witzig, Pia. Muss schon sagen. Schön. Ich dachte, ich erzähle dir was Persönliches. Und ich merke, du nimmst das überhaupt nicht ernst, meinen Führerschein Entzug. Doch, ich nehme das super ernst. Also Entzug an sich sehr ernst. Lustig, richtig lustig. Ein bisschen Heinz Erhard, aber gut. Best, also gut. Richtig gut, Heinz Erhard. Okay. 60 ist schon viel für eine 30er-Zose. Aber musst du wissen. Du hast ja auch Kinder. Hat es dir denn ein bisschen Spaß gemacht? Nein, das hat mir keinen Spaß gemacht. Das war alles auch Arbeit. Aber man muss, durch manche Sachen muss man durch. Das ist auch ein Teil des Ehrgeizes. So, wirft man das jetzt hinter sich. Ich bring das zurück. Ja, das ist ja eine gute Idee. Ich bring das zurück. Bring es bitte zurück zum Weihnachtsmarkt. Ich begleite dich jetzt nicht, weil sonst sieht jeder, wo du wohnst und das wollen wir nicht. Ich gehe einfach Richtung Süden, wenn ich mich nicht mehr ausführe. kenne, rufe ich dich nochmal an. Jederzeit. Ja. Und wenn ich frag Ralf Richter, der hat meine Nummer. Ich danke dir, es war ganz herrlich. Ebenso. Dankeschön, bis ganz bald. Grüß mir den Bastian, wenn du ihn nicht siehst. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Gibt es da Pfand drauf auf die Gläser? Pierre, ist das jetzt sein Ernst, dass er uns von dort Frosch Perspektive in den Hals filmen will? Stimmt. Gib mir bitte deinen Schall. Bei dir ist die Karriere eh im Arsch, aber bei mir ist natürlich noch ein bisschen Luft. Warte. Der ist frisch gewaschen. Gut. Vor vier. Okay, los geht's. Ja, Leute. Also ich habe es ja schon mehrfach heute betont. Es hat mir gar keinen Spaß gemacht. Deswegen auf gar keinen Fall gucken. Auf gar keinen Fall diesen Kanal abonnieren. Kurzstrecke, so auch die anderen, auch die Leute, die zu Besuch sind. Also es ist sehr mühsam. Wolltest du auch noch was sagen? Nee, aber das ist das Honorar dafür. Vielen Dank. Hab ich gerade noch meine Hose gefunden. Und ich spiele endlich meine Antagonistin, die ich immer machen will. Tschüss. Alles Gute. Mein Schal? Ja, bitte. Danke. 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 Danke.